Musik Ich hab ne Karotte gekriegt. Cool. Ey, cool, oh, Matto, ey. Sei Zombie. So, jetzt darf ich nochmal kurz auf die Map gucken, bitte. So, leider noch keine Wüstensicht. Ich geh mal weiter in die Richtung und dann einmal so drumrum. Äh, so. Und wisst ihr, was komisch ist? Es ist so pottenwarm heute. Heute ist der 23. Mai. Und, ähm, es ist bestimmt um die 28 Grad oder mehr. Zumindest hier, wo ich wohne. Und ich hab heute Morgen richtig schön Fenster und so aufgehabt. Was ist denn das hier? Ich muss schon sagen, wie so schwarz. Oh, es wird wieder Tag. Und, ähm, ja, voll den Durchzug gehabt. Den werde ich auch nachher wieder reinmachen. Aber jetzt, wie beim Aufnehmen ist das, es wäre so störend. Zumal draußen irgendwelche Traktoren rumfahren und irgendwelche Bienen rumsummen und so ein Zeugs alle. Aber, ja, deswegen hab ich alles so schön zugemacht. So, wir können ja nochmal auf Map gucken. Ne, ne? Ein Dorf, da muss ich hin. Da muss ich doch mal guten Tag sagen. Es geht ja nicht, dass ich hier ohne guten Tag sagen, da hingehe. Äh, ich mein, nicht hingehe. Körper. Geh doch hoch. Geh doch hoch. So. Was ist denn wieder so ein Zombie? Langweilig. Zombies sind langweilig. Die sind einfach zu blöd. So. Den haben wir auch. Gut. Na, da war ein Dörfchen hier. Hallo Bevuna. Hier geht es. Hallo. Ciao. Oh, look at this guy. He has a small nose. He's got a small nose. Smart. Ja, ich weiß es inzwischen. Oh, Mann. Jetzt bleibt doch mal stehen. Oh, ihr macht mich fertig. Okay, irgendwie fangen die aus zu nerven. Oh, da hinten ist auch eine Party. Ich will eigentlich in das Haus hier rein machen. Oh, hallo. Okay, ist keiner. Na, die hatten sich ein paar mehr Sprüche ausdenken können. Geht's einfach mal hier rüber. Hier hoch an. So. Hä, wie? Ja, ich weiß es doch. Okay, das ist alles hier. Ich will in dieses scheiß Haus hier rein. In die keine Tür? Hier, ich befreie dich. Das ist ja anscheinend keine Tür. Soll ich mal gucken, ob ich dich hier befreien kann? Was ist da im Gefängnis hier? Ich finde das geil, die Sprüche hier. So, jetzt machen wir die Dings hier wieder rein. Hm. So. Wo ist er? Oh nein, jetzt ist er schon wieder weg. Naja. Schön witzig, die Sprüche. Habe ich noch nie vorher gehört. Mit dem Soundpack ist das der Hammer. So. Leute, ich... Soll ich mal einen hauen? Mal gucken, was der denn sagt. Also so kann ich mir auch vorstellen, wie die wirklich dann heißen. Also... So. Und ihr seid auch da gefangen, ne? Oh, ich weiß es inzwischen, Leute. Ne, warte, warte mal. Und du... Ihr wollt alle nur Schmaragde, geh mal weg da. Ihr wollt immer nur Schmaragde, ne? Ach, Leute. Da. Ihr seid... Ihr seid frei. Look at this guy, he's a small nose. Ja, ja, ja. Kommt, kriegt euch mal wieder einen. Ich wollte eigentlich mal so einen Dorfschmied oder so... Ne, ne? Das ist... Ist das eine halbe Pyramide? Sieht ganz komisch aus. Ah, hier müsste eigentlich der Schmied sein. Ja. Hey, look at this guy, he's got a small nose. So, ähm... Ich geh jetzt einfach mal hier. Oh, hallo. Na, das hat sich doch total gelohnt hier. So, dann nehmen wir alles schön mit. Ja, hier hinter müsste die Lava sein, ne? Lava? Oh, da, okay. Gucken wir mal, ob ich irgendwas... Die öffnen nämlich auch mal mit. So. Hier haben wir noch zwei Häuser. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst reingehen soll. War ich hier drinnen? Ne. Ist hier noch einer drin? Ne. Ah, die wollen sowieso nur Smaragde singen. Scheiß drauf. Ich geh mal erstmal die Karotten hier alle mit. Hat sie ja voll gelohnt schon alle hier. So, wisst ihr, was ich machen könnte? Ich glaube, ich... Ne, die sahen... Wisst ihr was? Ich behalte das alle. Ja. Oh. Irgendwie fangen die an zu nerven, ey. War ich da drinnen? Ne, ne? Ne, hier war ich auch noch nicht drin. Guck mal hier. Ich befreie dich. Guck mal, du kannst jetzt hier rausgehen. Vielleicht die Bücher mitnehme. Warte mal. Äh, kurz... Warte mal. Warte, 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 warte. Bücher und Smaragde. Ja. Du kannst gehen. Hä? Ja. Ist ja nicht schlecht, ne? Haben wir schon mal Bücher gekriegt? Jetzt kann man gleich noch ne Pyramide... Vielleicht mit Dias drinnen oder so. Das wär ja der Hammer. So. Zack. Das finden wir auch schon mal. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier noch alles ist. Kartoffeln? Ne, Möhren. So. Wieso haben die keine Kartoffeln hier? Komisch. So. Ey, das sieht so geil aus hier. Oh, nein. So. Ich müsste jetzt mal da hoch, denke ich. Oder so. Vielleicht. Ich bin ganz ver... Oh, hier. Wieder mal Karotten. Ne, das sind keine. Dann gucken wir mal, was hier drin ist noch. Nichts. Okay. So. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich war und wo ich noch nicht war. Da drin war ich. War ich hier drin? Da ist nichts drin. Okay. Da drin war ich. Ja. Ja. Huch. Hallo. Hallo. Look at this guy. He got a small ass. Okay. Hier war ich auch drin. Da war ich drin. Ich glaube, ich war jetzt überall. Oh, mein Gott. Ja. Kriegt euch wieder ein. Irgendwie fangen sie an zu nerven, oder? So. Was war hier oben noch alle? Mmh. Das sieht mir nach Kartoffeln. Äh. Karotten. Irgendwie fangen sie echt an zu nerven. War ich hier drin? Hallo. Äh. Ne. Hier ist aber auch nichts. So. Leute, ich verlasse euch wieder. Och. Es tut mir aber auch nicht leid, dass ich euch verlasse. Ist einfach nur nervig. Oh. Ich muss das futtern. Ich schmeiß mal das hier weg. Ich brauche schon Leitern. So. Und das können wir eigentlich auch wegschmeißen. So. Dann was zu futtern. Wo ist meine Melone? Hab ich die aufgegessen? Ach. Hm. Guck mal hier. Mal so. Ab zur halben Pyramide oder so. So. Und dann nach der Aufnahme erstmal die Fenster wieder aufreißen. Ey. Es ist ja. viel zu warm. Es ist schön, aber irgendwie. Guck mal. Ich habe ja auch noch nicht gesehen. Halbe Pyramide. Halb im Schneebium. Halb in der Wüste. Crasse. Okay. Das war jetzt nicht. Es war jetzt so nicht. Dings und so. Ein bisschen müde bin ich auch noch. Mhm. Mhm. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ich hoffe mal, dass die Kisten alle da sind. Was? Hallo? Äh. Okay. So eine Unterwasserhöhle direkt mit Pyramidenanschluss. So was will ich auch mal haben. Aber hier haben wir zumindest schon mal Eisen. Mitnehmen natürlich. Ey. Das wollte ich schreien. Scheiße. Scheiß drauf, ey. Wir brauchen schon. Nein. Okay, Leute. Ich muss mal eben ein wenig von dem Holz opfern, um ein Crafting Table zu machen. Das geht ja anders. Das geht nicht anders hier. So. Haben wir denn? Haben wir denn? Haben wir denn? Haben wir denn? Ich habe keine Sticks dabei. So. Dann muss ich mir halt welche machen. Und ich mache mir wieder ein. 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 Ne. Jetzt im Ernst? Ich habe keinen Stein dabei. Das ist doch zum Mäusenmelken hier. Mach mir halt eine Steinachst. Äh. Spitzacke. Glück auf. Ich gebe dir auch gleich ein Glück auf. Einen Schluck auf gebe ich dir gleich. So. Okay. Naja. Wie. 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 Ja. So von Anfang an wieder und so. Nein. Ich vergaß. Och Gott. Ich vergaß. Ich vergaß. Bitte verzeiht mir. Ich brauche einen Fackel und so. So. Jetzt scheiße ich auf alles. Oder auch nicht. Das mache ich so, ne? Wo ist mein Crafting da? Table. Jetzt mache ich mir ein. Stein. Spitzacke. So. Weiß nicht wieso der, der schon wieder neu sagt und so. Aber naja. Ich gehe jetzt erstmal hier in die unten rein. So in die Pyramide in der Hoffnung. Kann ich hier rein? Ja. Hier rein. Okay. Ich weiß es ist sehr dunkel. So. Was? Was? Was denn für Scheiße ist das denn hier? Nein. Nein. Wenn er mich jetzt runter boxen, bin ich tot. Dann bin, dann geht das Dynamit hoch und dann bin ich tot. Verpiss dich, ey. Verpiss dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der Creeper, der wäre hochgegangen. Ich wäre sowas von tot. Und dass ihr Dynamit hochgeht. Ich glaube, jetzt kann ich runter, ne? Heilige Kacke. Bombe entschärft. Ich kann erstmal wegschmeißen. Das zum Beispiel. Und das. Und das hier. Äh, so. Dias, bitte. Okay, Eisen nehme ich auch. Nichts dagegen. Dias, bitte. Bitte, bitte, bitte. Efficient C3. Nicht schlecht. Ähm, ich lasse dafür ein paar Sachen hier. Und zwar. Das. 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 Guck mal, was die Rüstung so ist. Ah, die Rüstung ist eigentlich noch ganz gut. So. Ja, okay, Leute. Es tut mir leid. Jetzt wird es aber echt nervig hier. So. Ach, ne, na. Ach, Mensch. So, jetzt ist hier Nacht. Ich würde schon fast sagen, ich beende hier meine Aufnahme. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahmsession, die ich wahrscheinlich in ein paar Tagen machen werde. Weil ich muss ja jetzt noch jede Menge Fotoproduzieren. Fotoproduzieren. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge. Und bis dann. Ciao. 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 Ciao.